Hallo und herzlich willkommen auf unserem Channel die Naschzentrale. Heute zeige ich euch wieder mal ein Backrezept und zwar Brandteigrabferl. Diese können ja zwar tricky sein und darum habe ich mir gedacht, ich zeige euch mal ein Video, wie man ein, zwei Fehler vielleicht ausbessern kann. Und wem das interessiert, ihr solltet unbedingt dabei bleiben und ich sage, legen wir los. Für unsere Brandteigrabferl brauchen wir Mehl, Eier, Wasser oder Milch, Salz und Butter. So, als ersten Schritt werden wir das Wasser aufkochen lassen. Hierbei können wir gleich das Salz beigeben, genauso wie die ganze Butter. So, sobald das Ganze aufkocht, können wir mit der Hitze etwas runtergehen. Und dann können wir mit einem Ruck das ganze Mehl beigeben und jetzt abrösten. Im Endeffekt macht man jetzt nichts anderes, eben das Mehl mit der Flüssigkeit zu verbinden. Und so lange auf Hitze zu halten, bis eben ein leichter weißer Film am Kesselrand entsteht. Und das muss man wirklich lange genug machen. Im Endeffekt geht es hier um eine Vorverkleisterung im Mehl. Und wenn das zu wenig Vorverkleistert, dann ist es instabiler und der Brandteig läuft entweder breit oder bekommt eben nicht genug Volumen und bleibt dann eher flach. Also wirklich jetzt lange genug abrösten, immer bewegen, bewegen, bewegen. Also der Brandteig ist jetzt fertig und man sieht das daran, wenn es unten am Kessel eben so ein leichter Film kleben bleibt, dann ist es fertig abgeröstet und bereit, um weiterverarbeitet zu werden. So, das Ganze gebe ich jetzt in eine Schüssel. Ihr könnt aber auch theoretisch jetzt das auch in einer Kenwood machen. Und zwar werden wir es den Brandteig leicht abkühlen lassen und dann nacheinander eben die Eier beigeben. So, der Brandteig ist jetzt abgekühlt. Und ich werde jetzt einfach langsam nach und nach Ei für Ei einrühren. So, man merkt jetzt, dass die Konsistenz jetzt schon wieder weicher wird, nachdem alle Eier eingearbeitet wurden. Und somit sind wir auch nachher bereit, das Ganze aufzudressieren. So, zum Einfüllen habe ich jetzt einen Einwegtrisse-Sack und eine Tülle, eine Stern-Tülle. Ihr könnt natürlich auch eine Glatte nehmen. Ich habe das jetzt als Fünfer, die Größe. Es sind aber Tülle-Sätze teilweise etwas unterschiedlich. Also Einwegtrisse-Sack. Tülle einfügen. Und dann werden wir das Ganze eben erst aufzudressieren. Jetzt dressieren wir unsere Brandteig-Krapfel. Wichtig ist, wenn ihr das mit Brandteig aufdressiert, dass ihr das nicht zu nahe dressiert, denn diese gehen extrem auf. Ihr könnt natürlich genauso Eclairs dressieren. Dafür einfach wie beim T-Gebäck anfangen, dressieren, ziehen und am Schluss für drücken. So, unser Brandteig ist fertig. Ich habe den Ofen schon vorgeheizt auf 190 Grad Heißluft. Wenn ihr erst Ober- und Unterrize nehmt, dann wird es wahrscheinlich noch eine Spur heißer werden müssen. Das heißt 200, 210 Grad. Da ist jeder Ofen etwas unterschiedlich. Ich gebe jetzt einfach meinen Brandteig rein. Wichtig ist es dabei, den Backprozess nicht zu unterbrechen und eben den Ofen nicht aufzumachen, weil sonst kann es passieren, dass das Gerüst noch zu schwach ist und der ganze Brandteig wieder zusammenfällt. Genau so sollen sie eben ausschauen. Der Brandteig ist jetzt fertig gebacken. Jetzt müssen wir natürlich füllen. Ich vernehme dafür jetzt Vanillepudding. Ihr könnt jetzt aber auch geschlagenes Obas verwenden oder auch Nüsse unterheben, Schokos erzeugen. Also da kann man einiges variieren. Also da gibt es keine bestimmte Regel. Zusätzlich habe ich jetzt vorbereitet, einmal Marmelade später zum Aprikotieren und Schokofondant zum Glacieren. So, nachdem jetzt die Brandteig-Krapferl gefüllt sind, müssen wir sie noch aprikotieren. Dafür habe ich jetzt Marmelade aufgekocht und dass man sie wirklich ganz fein bepinselt. Also man kann sie tunken, aber pinseln ist einfach eine Spur besser, weil dann ist einfach die Marmelade ganz dünn eben auf dem Brandteig-Krapferl. Und wir bekommen hierbei etwas zusätzliche Feuchtigkeit und somit kristallisiert. Davon dann, den wir später nachher draufgeben, nicht aus. Sobald jetzt eben die Marmelade fest geworden ist, können wir uns gleich um den Schokofondant eben kümmern. Achtet darauf, dass jetzt wirklich auch der Schokofondant schön heiß ist. Wenn er nur leicht lauwarm ist, wird er nicht fest genug. Also einfach auch schauen, es darf nicht zu dünn und auch nicht zu dickflüssig sein. Und da muss man sich einfach ein bisschen spielen. Wenn es zu dickflüssig ist, gibt man etwas Läuterzucker dazu oder eben Wasser. Wenn es zu dünnflüssig ist, entweder ein bisschen Fondant oder eben Schokolade. Ich hoffe, dir hat mein Video zu dem Brandteig-Krapferl gefallen. Wenn ja, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben und Kommentare freuen, wie es euch ergangen ist mit meinem Rezept. Und somit sage ich nur einmal, viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.